Liebe Freunde, willkommen bei der neuen Runde von League of Losers. Wir sind heute nicht allein, nein, denn Faceless ist dabei zum ersten Mal. Guten Tag. Hallöchen. Wie geht's dir? Das Video könnt ihr selbstverständlich, wenn ihr das hier natürlich komplett geschaut habt, auch auf seinem Kanal, beziehungsweise wenn ihr auf seinem Kanal seid, könnt ihr das Ganze auch bei mir schauen. Die Links zu unseren Kanälen sind selbstverständlich in der Videobeschreibung. Wir spielen heute Gewundener Wald und ich glaube Faceless, wir werden hier ordentlich die Scheiße aus dem ganzen rocken. Ja, ich werde die richtig, richtig, richtig auseinandernehmen. Beziehungsweise ich habe jetzt, boah, ich habe so lange nicht mehr gespielt, aber ich bin gleich mal gespannt. Ja, sollen die Map ja ein bisschen überarbeitet haben, da sehe ich jetzt irgendwie nichts von. Nur halt, ich glaube, die Spawn-Area haben so ein bisschen verändert, oder? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Also, ich habe auch jetzt Patch 5.11, haben sie irgendwas geändert, aber was? Nein, haben die die? Gehst du nach unten? Ich weiß nicht. Achso, ich dachte wegen, okay, warte, ich gehe runter. Nur so just in case. Moment mal, haben die die Kameraeinstellung irgendwie geändert, oder so? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, entweder bin ich jetzt so ein bisschen Rain of Car, oder... Das wird wohl ersteres sein. Was macht er da? Lol, okay. Echo, best Echo EU. Nein, echt. Ich liebe ja Renekon. Renekon ist so ein richtiger... So ein richtiger Toxic Champion. Richtig, richtig schön Toxic. Ah, die Tower sind weiter vorne, aber viel weiter vorne. Wirklich? Ja. Hier oben auf jeden Fall in der Top-Lane. Okay. Okay, deren Echo ist weg, glaube ich. Okay, ich hab hier... Charco ist auf der Bot-Lane. Ja. Ist ein Jungler von denen, oder? Jo. Ich denke mal, ne? I don't know. I... Okay. Spiel mal mit den... Also, Fokus auf die Altare. Also, ich spiel nicht so oft 3 vs. 3. Deswegen... Sagen wir mal so, Altare sollten wir schon holen. Bei Gelegenheit, dass... Ah, okay. Unsere V kümmert sich aber darum. Jungle V. Was hab ich denn hier? Okay. Hier oben ist... Oh, oh. Boots! Bam! So geht das hier. Ganz einfach. Und der Nächste. Und der Nächste. Einfach mal. Boots, Boots, Boots. Alarm. Easy. Ganz easy hat man das gemacht. So was von. So kann das Spiel... So kann das Spiel beginnen, du. So kann das Spiel auch weitergehen, meiner Meinung nach. Habe ich absolut gar kein Problem mit. Loll, ich hab den... Tatsache, ich hab ihn noch mit meiner... Queue getroffen. Ich hab's gesehen. Hast du den Kill bekommen? Ah, du hast den Kill auch bekommen, ne? Ja, ja, klar. Nice. Nice. Also, ich hab ihn ja Main Twisted Fate. Nur, ganz ehrlich... Ja. Twisted Fate ist in der Solo Queue... Ne. Unspielbar. Ich... Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu schlecht dafür. Ähm... Das sagst du wem, der nicht mal als Ranked spielt. Ehehehe. Ja, aber... Schau, das Ding ist... Echt jetzt. Oh, Mann. Jetzt, 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 jetzt... Tryharden die ordentlich auf der Botlane, ey. Aber... Kein Problem. Easy Tryhard. Die riechen den Tryhard. Ja, Mann. Die riechen es. Das muss so sein. Der Alex, der sagt was. Er riecht den Tryhard. Er riecht den Tryhard. Er blämt immer richtig. Okay, jetzt ist oben gerade... Oben ist, äh... Chilled irgendwo. Boah, mach ich den Schaden, ey. Wir haben das Scaling hier hochgesetzt. Kann das sein? I don't know. Also, das Level-Scaling kommt mir zumindest vor. Alter, Echo. Echo ist, obwohl der ein Kill hinten ist, nicht gerade schlecht oder sowas. Oh, jetzt habe ich ja einen kleinen Bilddruck, klar. Gut, dass man Videos im Hintergrund rendert. Das ist immer die beste Idee von allen. Woo! GG, Freunde. GG. Richtig nice. Warte, erst mit dem Brechner her. Okay. Bam! Too easy. Too easy. Ich sterbe nicht. Ja, ich bin echt nicht gestorben. Nice. Butz! Einzelbildschaltung, scheiß drauf. 1, 2, 3, Rasur. Ja, Mann. 5-0 steht es mittlerweile. Ja, Rhythm-OP-Guide. Weißt du, was geil ist? Herzlich willkommen. Schau mal, zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt, ähm... Okay, was kaufe ich denn jetzt? Auf jeden Fall Lich-Ban. Ja, Lich-Ban ist sowieso am wichtigsten. Schuhe. Schu, schu, schu. Schu, schu, schu. Schu, schu, schu. Hä? Oben sind jetzt zwei Tower, Alter. Moment. Ah, stimmt. Die, ah, die haben einen Tower. Ey, das ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Die haben Tatsache einfach einen Tower dazu gemacht. Renekin kommt hoch. Hä? Die haben jetzt jeweils zwei Tower? Okay, Loi. Hä, hä, hä. Kriegt mich never gonna happen. Alter, jetzt haben die zwei Tower hier. Das ist ja natürlich auch krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die so weit gehen. Ich finde es gut eigentlich. Macht das alles ein bisschen interessanter und zieht das Spiel halt auch in die Länge, ne? Ja, ja, es ist definitiv, ich nenne es mal eine Veränderung. Auf jeden Fall eine positive, würde ich sagen. Ich muss gleich zum Training. Was für Verlängerung. Was machst du eigentlich? Ja, Kampfsport, MMA. Nice. Nice. Hört sich interessanter. Ist auch ein sehr interessantes Sport. MMA. Oh, oh. Wir bräuchten Hilfe. Renekin will mich. Er will mich, er will mich, er kriegt mich. Halleluja. Ja. Der, der, der Sharko überlebt. Eti ja auch hier, Renekin, oben. Könnt ihr, kannst du oben helfen, wenn du Bock hast. Das wird nie sich helfen. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich einfach pushe. Und, ja, weiß ich nicht. Ja, okay. Was zur Hölle geht mit? Alter, das war knapp. Das war knapp. Das war very, very knapp. Very, very knapp, wer das? Really? Really, really knappo. Knappo fix. Alter, macht einen Schaden wie sonst was. Ach, ich hole mir hier mal den Schwert, damit ich mir einen Bruder leiser hole. So. Jetzt bin ich der Einzige, der gestorben ist. Schande über mich. Ja, du alter Nus. Schande, ich noob. Ich dummer noob. Bro, Black Panda. Bei Gelegenheit könnten wir auch mal den Gegner in den Altar holen, wenn ich meine Ulti zum Beispiel wieder abhabe. Ja, oder wenn wir hier mal die ganzen Party-People weggebumst haben. Aber Sharko ist natürlich extrem nervig, ne? Ja. Und Renekton muss definitiv weg. Er riecht mal wieder den Try-Hard der Renekton. Ich finde das so lustig. Er riecht den... Äh, nee, Sharko kommt nicht hoch. Mie, 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 mie. Sharko kommt hoch? Äh, ja. Sharko ist auf jeden Fall SS. Renekton kommt auch hoch. Ja, ja, beide sind hoch. Ich bin hier am Tower. Ich bin schon mal schon weg. Alles gut. Alles gechillt, Bruder. Alles gechillt. Alter, warum sind das? Zwei Kack-Tower, die nerven mich. Echt, das war ohne Mist. Oh, 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 oh. Der Main-TF raped. Ich liebe den Champion, ne? Also der scheint, ob der... Oh, oh, oh. Brutz. Noch einer. So eine Retard-Mechanik. Lass mal hier drauf gehen. Jo, ich push noch ein bisschen. Holt ihr den Tower und dann haben wir jetzt so gesehen zwei Baustellen für die Gegner. Natürlich geht Bai nicht hinterher. Komm her, komm her, komm her. Komm zu mir, komm zu mir. Ich kann nicht. Ja, ich krieg den. Easy, easy, easy. Passt. Den Renekton kriegen wir auch noch. Ja, ja. Aber nicht. Nein! Zu greedy, zu greedy. Da wollte ich einfach. Okay, ja, Leute. Das war... Da wollte ich. Ich wollte ihn unbedingt haben. Aber er hat's mir nicht gegönnt, der Schweinehund. Hast du etwa den Tryhard gerockt? Ja. Aber ganz hart. Ganz hart. Willkommen in der League of Losers. Aber alter, wie kaputt die einfach sind. Wie kaputt die sind. Ey, richtig geil. Die Golems haben die auch neu gemacht, das Design. Also eins kann ich sagen. Twisted Fate ist hier richtig stark. Flavor, Flav. Komm, hau mal ein bisschen rein hier. Riveen. Putz. Ich glaube, ich sollte mal back gehen. Beziehungsweise, warte, warte, warte. Ah, ne, scheiße. Der kann sich ja unsichtbar machen, ne? Warte, komm mal drauf hin. Ja, wenn du... Ah, da hinten ist er. Da ist er. Bam, bam, bam. Boah, Yu-Gi-Oh. Junge, richtig Yu-Gi-Oh von dir. Ja, man. Deswegen hab ich den Champion... Ah, Renekon könnte kommen. Warte, warte. Ich geh back. Ich hab eh meine Ulti. Dann kann mich... Easy. Oh, wer ist jetzt schweihart? Oh, yes, Blaze! Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Oder? Ne, ich hab keinen Mana. Ah, so, okay. Ich hatte die Yellow Card. Deswegen, äh... Bisschen schwierig. Stumpf. Komm schon. So, was kauf ich denn jetzt mal Schönes? Ja, genau. Die haben eh Full-A... Ne, ne, Echoes, ja. Abysel-Zepter. Ah, das ist ein gutes Item für... F. Boah, Renekon fast, hör. Down. Da geht der, down geht der gleich. Pass auf. Können wir gleich das... Ah, ne, warte. Warte noch, irgendeinen Augenblick. Bleib mal auf der Lane. Versuch noch ein bisschen zu... Ja, ja. Hier sind jetzt alle drei wieder. Alle drei. Warte, warte. Warte, ich hab Ulti. Ich hab Ulti. Okay. Ulti, bringt gar nichts bei dir. Ja! Fick dich, ich wollte ihn dir klauen. Hä? Hä, Leute? Oh, dumme Idee, dumme Idee. Dumme Idee! Mann! Nice. Oh, nee. Ja, die Riven voll am... Voll am reinfiegen hier. Ja. Schämlich. Fieder Inc. Ich will das Ganze ein bisschen anspruchsvoller gestalten. Deswegen hab ich mir heute etwas ganz Spezielles ausgedacht. Heute im Angebot, Fieden. Fieder, I love. So, komm hier mal rein hier. Schneller. Okay, ich geh mal in den J... Hey, pass. Wir müssen auf jeden Fall Bot Lane pushen. Ja. Guck mal. Schweil... Ja, komm, jetzt mach mal. Oh, fuck. Stun. Nein, hab ich mich ausgewählt. Puts! Nein! Mann! So knapp. So knapp. Aber ja, jetzt holt ihr weh, sich die. Ich will nicht in seinem Stachelring sein. Aber Leute... Wie, wie... Wie Tryer! Wie sie einfach richtig abgeht. So, bevor ich jetzt mal Murphy... ...hode ich mir die Scheiße in der Mitte mal. Ja! Ja, das gönne ich dir! Gönne ich dir, Junge! Gönne ich dir! Nein! Ich bin gestorben! Gegönnt! Oh, das ist bitter, aber wahr? Ich hatte meine E ready. Meine... Oh, nein! Ja, man muss auch noch richtig reagieren können, Freund der Sonne. Ja, ich komme nicht... Noob! Okay, okay, ich komme von der Arbeit. Das ist mein Aussehen jetzt. Gerade von der Arbeit gekommen. Such a Noob. Nein! So, Tower mal oben kaputt machen. Easy, GG. Okay, warte. Ich kaufe mir jetzt Abyssle Scepter. Habe ich denn jetzt schon drei fertige Items? Der Nekton geht unten hin. Ich kaufe alles durcheinander. Durcheinander for the win. Ich weiß ja nicht, was ich hier kaufen soll. I need more money. Ich könnte dir auf der Top-Lame beide töten. Du bist so cool! Ich weiß! Twisted Fake, ey, hier. Der Gott-Fater. Äh, Gott... Nee, Gott-König, genau. Gott-König TF. Warum gehst du nicht? Jetzt kann man mich wieder hören, ne? Jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. Mann, 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 Mann. Jetzt war ich die ganze Zeit am Reden. Das kommt in der Aufnahme sehr witzig vor. Ich glaube, ich gebe mir der Untertitte. Ich gebe mir der Untertitte mit der Facecam. Alter, ich mache so viel Schaden, ne? Wahnsinn. Richtig heftig, ich one-shotte dich schon beinahe. Hast du einen Chat-Ban? Kann das vielleicht sein? Ja, ich habe jeden Hack, den es gibt. Oh, oh, oh. Kein Problem. Ich sollte irgendwie Leben holen. Irgendwo, jedenfalls. Ich glaube, bei unserem Tower, den verteidigen ich jetzt ein wenig. Ich könnte ja jetzt mal ordentlich try-hard und mich in die gegnerische Base tepeen, um den Echo zu one-shot. Hätte wenn und aber. Wie lange hat man mich denn nicht gehört? Äh, so knapp 20 Sekunden, weiß ich nicht. Das stimmt mir, ja. Ich habe schon während dem Hack gelabere, von der Pappnase auch gelabert, bis dem geht nicht mehr. Der ist jetzt nicht im Ernst hinter mir. Der ist im Ernst hinter mir. What an idiot. Der try-harded. Aber ordentlich. Respekt. Der will, der will dich. Ah, und KS. KS vom Feinsten. Alter. Halleluja. Den kriege ich, den Pimmelberger. Haha. Nicht mal ein Assist. Nicht mal ein Assist. Das Team. Yes, yes. Yes, yes. Weißt du, er kriegt selbst einen Wallet, ja? Ja, guck mal, sein Farb, okay, er hat 92 Farb, Respekt, ey. Dann ihn irgendwie. Ja, ich würde, ich bin nicht nah dran gekommen, mein Freund. Ich bin nicht nah dran gekommen. Ich habe Gnade gezeigt. Gnade. Gnade. Gnade im Rennig. Gnade. Gnade. Dann sagst du eigentlich, das Ding wird länger dauern. Und was ist im Endeffekt? Ja, wir sind jetzt blieben nicht. Na, dann geh ich. Ach du, willkommen im Internet. Hi. Ja. Ey, der ist der. Ich bin gerade in der Goldflug. Der spielt nur noch gegen Dardy inzwischen. Nein. Nein. Oh Gott. Mach mal ein bisschen mit Stimmung hier. Wie denn? Weiß ich nicht. Schrei rum. Jetzt nicht, jetzt sind wir beide tot. Aber, wenn wir anfangen rumzuschreien, dann mach so ein bisschen Stimmung. Irgendwie BVB. BVB, keine Ahnung. Wir spielen gerade Twisted Treeline. Ich stehe 1437 mit Twisted Fate und es ist einfach nur absolut overpowered. Ich meine, ganz ehrlich, Buddy guckt dir den Rennig an, er war full live. Jetzt klopft er sich mit Minion-Solister-Ansage und nennt seine Teammate-Hacker. Nein, 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 stopp, der nennt uns Hacker, uns nennt der Hacker von Anfang an, seit dem ersten Kill, lol, Hack. Ach nee, sorry, ich habe mich versprochen. Er meinte, er meinte Noob-Team. Noob, oh. Ja, Alex, mich hat er übrigens als Hacker beleidigt, weil ich mich über die Map typigen kann mit Twisted Fate. Dani, wann kommt Asuka? Weiß ich nicht. Wie war er das? So, okay, warte, ich komme, warte. Ich komme von hinten, geh drauf. Ich push mal oben, ich glaube, die schafft er alleine. Schade. Ah, da hat er ihn, da hat er ihn. Na, push mir mal top lane. Der ist hier irgendwo. Ja, ja, da ist er. Putz! Oh, gibt es doch nicht. Clan Camper for the win. So, warten wir hier mal. Nein! Noob! Eiskalt, du hast nicht meinen Assist, Bruder. Ja, meine Ulti ist jetzt raus. Na, egal. Egal, wir sind ja fast am Ende. Ey, hallo. Leil! Hat er dir gegeben. Hast du mein lebiges Selig? Oh, leil! Leil! So, und wer ist tot? Der Noob ist tot. Der Noob ist tot. Er beleidigt mich die ganze Zeit, dieser Echo, ey. Fuck you, fuck you, so. Er ist bestimmt Deutscher. Geiles Game, auf jeden Fall. Easy, GG. Gar kein Problem. Guck, erstes Spiel von uns beiden und schon hier dominiert. Richtig dominiert. Das kommt davon, wenn du so leichte Gegner bekommst, selke mir. Ja. So, nice, auf jeden Fall. Definitiv. Für mich ist die Aufnahme dann mal beendet, weil... Ach, nee, stimmt. Ich hab gedacht, dieses Endscreen minimiert sich automatisch, weil dann wäre die Aufnahme bei mir abgebrochen. Nein, 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 um Gottes Willen. Ah, weil das ist ja nicht so. Nein, ist nicht so. Liebe Freunde, danke fürs Zuschauen. Auf jeden Fall die Kanäle abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wenn ihr mit uns spielen wollt, ja, definitiv, guckt der dritte Mann aus dem Hinterhalt, wovon man immer noch nicht weiß, wer das eigentlich ist. Der sagt, ja, das kann ja eigentlich nur richtig sein, Freunde. Ich war am Trink. Ja, irgendwie kommen wir. Tschüss. Ciao.